Bist du nicht fett und rosig? Bist du nicht glücklich? Und bist auf die Beschwerlichkeiten mit den anderen Kindern starten? Mit Papa und Mama? Wo fängt das an und wann? Und was hat dich irritiert? Und was hat dich bloß ruiniert? Dass sie nichts zu entwolken oder nichts glauben Waren sie dumm, zu dumm und zu verstehen Wovon du erzählt hast, konnten sie nie mal ertrauben Dich einsperren, in ihren Kaktusgarten Konnten sie damit nicht warten? Was hatte ich bloß, was hatte ich bloß Was hatte ich bloß zu ruinieren? Was hatte ich bloß, was hatte ich bloß Was hatte ich bloß so ruiniert? Wo fängt das an? Was ist passiert? Hast du denn niemals richtig rebelliert? Kannst du nicht richtig laufen? Oder was geschieht? Was ist hier von der Tier? Mit allen Männern? Kannst du nicht mich erinnern? Oder bist du noch, Gott weiß, wie privilegiert? Was hatte ich bloß so ruiniert? 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 Untertitelung des ZDF, 2020